Hallo und herzlich willkommen zu Wolfenstein, The New Order, ja, wir sind in der letzten Folge Bobby Brum, okay, wir können jetzt mal ein paar Information durchlesen, ähm Ich sehe schon, Kriegsveterane Regime überquert Atlantik Achso, Vancouver, 3. Januar 1947 Anfang dieser Woche wurde ein fadliches U-Boot in der Cabbage-Straße versenkt Nur wenige Kilometer vor der Küste vom Cape North Heute überquerten hunderte von Schiffen den Atlantik und die ersten Truppen des Regimes Setzten ihren Fuß auf kanadischem Boden Wir müssen jetzt tapfer sein, so der Premierminister in einer Radioansprache Jetzt oder nie, unsere Jungs an der Front brauchen ihre Unterstützung Zur Verteidigung unseres Landes, zur Verteidigung unserer Freiheit Ja, das war's dann wohl mit der Freiheit Royal Air Force geschlagen, aber nicht besiegt Liverpool, 15. Juni Die Royal Air Force musste gestern ihren Kampf um Liverpool eine schwere Niederlage hinnehmen Obgleich auf beiden Seiten hohe Verluste gemeldet wurden Sah sich die Royal Air Force gezwungen nach dem Verlust von mehr als zwei Dritteln ihrer Kampflugzeuge den Rückzug anzutreten Doch trotz der bewältigenden Überzahl der Feinde Werden unsere tapferen Männer in der Luft weiter für König und Land kämpfen Dieser Kampfgeist ist womöglich das, was uns als Engländer ausmacht Wir Engländer kämpfen bis zum bitteren Ende So ein Ladenbesitzer, der sich am Kampf gegen die Flammen in der St. Luke's Church beteiligte Ich will verdammt sein, wenn ich zuließe, dass einer herkommt und uns sagt, was wir zu tun haben Ein Bruder im Geiste des Royal Air Force Piloten Jameson Diese wurde nämlich am gestrigen Tag über Liverpool abgeschossen Gute Jagd, Jungs Großer Erfolg in Asien Großer Erfolg in Asien Man könnte auch den Originalzeitungsartikel lesen, aber wir machen es mal lieber hier Großer Erfolg in Asien Berlin, 8. Juli 1948 Am frühen Montagmorgen führte ein spezielles Einsatzkommando einen Angriff auf die letzte Bastion der Volksbefreiungsarmee durch und nahm deren Anführer in Gewahrsam Innerhalb nur weniger Stunden verkündete die Republik China ihre bedingungslose Kapitulation Experten waren der Meinung, dass der japanischen Regierung nun nichts anderes übrig bleiben würde als ihre territorialen Ansprüche in Asien aufzugeben Aus dem Lager des Oberbefehlshabers ist unterdessen zu hören, dass ein Plan für China und Japan erarbeitet wird Demzufolge die beiden Länder in Satellitenstaaten mit eigenständiger Regierung und eigenem Militär umgewandelt werden sollen Selbstverständlich werden diese Staaten unter Kontrolle unterliegen Ja Alter, ich lese mir das doch hier nur durch Die Roten kapitulieren Ah, das wird die Sowjetunion sein Äh, die Roten kapitulieren Moskau, 12. Dezember 1946 Der harte russische Winter schlägt mit eiskalter Wucht zu Doch davon ist auf den rosigen, lachenden Gesichtern unserer siegreichen Truppen und des russischen Volkes nicht zu sehen Das letzte Gefecht gegen die russische Armee fand in Izviesk statt, nachdem diese monatelang versucht hatten, die russische Hauptstadt zurückzuerobern Ein Unterfangen, das nach zahlreichen Rückschlägen und hunderten von Opfern unter der Zivilbevölkerung schließlich das Volk gegen sein eigenes Militär aufbrachte Doch die nächtlichen Bombenangriffe auf die Rüstungsfabriken im Ural war es nur eine Frage der Zeit, bis die Moral der russischen Streitkräfte gebrochen war Der mörderische Der mörderische russische Tyrann konnte indessen noch nicht gefunden werden Doch es gibt Gerüchte, dass er von seinen eigenen Gefolgsleuten ermordet wurde Ja, kurzer Nebenfact, es ist tatsächlich so, dass während des Zweiten Weltkrieges, und jetzt mache ich hier wieder meine Geschichtskills raus Dass man wirklich sagen kann, dass das ein Fehlverhalten von Stalin war Weil er tatsächlich Hitler vertraut hat, dass er ihn nicht angreifen würde Und es gibt da unzählige Berichte, dass Stalin sich immer in seinem Büro im Kreml eingeschlossen hat, mit Wodka in der Hand Und als dann in irgendeiner Szene, als dann die Gene Rede kam, um halt Anweisungen von ihm mal zu bekommen Hat er es einfach nur angeguckt und einfach nur gesagt, wollen sie mich jetzt verhaften Als hätte er erwartet, dass sie ihn jetzt stürzen oder dass es da einen Putsch geben würde Interessant, wie man da gewisse Theorien einfach aufgreift Das ist ja so eine Alternativ-Story, Wolfenstein Das passiert wäre, wenn die Nazis ja den Krieg gewonnen hätten Triumph im Osten, Berlin 4. April 1947 Es war ein schwerer Schlag für die russische Armee, als unsere Flagge heute Morgen am Westufer der Wolga gehisst wurde In einer Stellungsnahme gegenüber unserem Reporter vor Ort Sagt der Oberbefehlshaber Friedrich Ritter, dass der Sieg nicht nur der harten Arbeit und Opferbereitschaft der Armee zu verdanken sei Sondern auch einer neuen Waffe, die zum ersten Mal im Kampf eingesetzt wurde Der Panzerhund ist eine mechanische, selbstständig handelnde Kriegsmaschine, die weder Angst verspürt noch Mitleid zeigt Er ist eine reizende, er ist eine reine Todesmaschine und wird die Gegner in Stücke reißen Ah, der Panzerhund Ah, dieser verdammten Wichser, ey Ah, die Fügungsregel Des Obersten Die britische Tyrannei hat ein Ende London, 21. Juni 1948 Im Schein der aufgehenden Sonne wählte an diesem Morgen unsere Flagge über den Buckingham Palace Und markierte das Ende einer tyrannischen Monarchie, die das britische Volk über viele Jahrhunderte in eisernem Griff gefangen hielt Der für die Invasion Großbritanniens verantwortliche Oberbefehlshaber Gerolf Feigenbaum Was für ein Aber sehr deutsch gehalten Gab zu bedenken, dass zwar mit bewaffneten Widerstand zu rechnen sei Aber die Mehrheit der britischen Bevölkerung schon bald erkennen würde Wie sie von den Kriegstreibern ihrer Regierung zum Narren gehalten wurden Nach der Kapitulation fällt das gesamte Commonwealth nun unter unserer Kontrolle Und die noch bestehenden Armeen haben den Auflösungsbefehl erhalten Extra, Häftlinge aus Eisenwald geflohen Berlin, 13. Oktober 1960 Am frühmorgens eine kleine Gruppe Inhaftierte aus dem Gefängnis von Eisenwald geflohen Laut Polizei handelt es sich bei ihren um höchst gefährliche Mörder, Vergewaltiger und Abweichler Es wird geraten, auf Personen mit ungewöhnlichem Verhalten zu achten Und sachdienliche Hinweise zu ihrer Ergreifung zu melden Ja, als ob das nötig wäre in diesem Überwachungsstaat Moskva Brin Mosk... Moskva Brin Moskau in Flammen Stockholm 16. März Nach wochenlangen Bombardierungen durch das Regime Sollte sich die russischen Truppen in der vergangenen Nacht aus dem im Flammen stehenden Moskau zurückgezogen haben Die Einschläge der Artillerie waren die ganze Nacht über bis in den frühen Morgenstunden zu hören Und verwanderten die Moskauer Innenstadt in ein Ruinenfeld Bislang gibt es keinerlei Hinweise über den Verbleib des russischen Oberkommandos Ah, russisches Oberkommando ist verschwunden Ah, diese Schweinehunde Ich hasse Nazis Aber es ist schon echt, ähm Ja, es ist schon echt krass Wenn man so sieht, was passiert wäre Was machen wir da jetzt? Warte, ich habe jetzt gut 10 Minuten nur irgendwas vorgelesen Warum auch nicht? Ähm Wir gucken uns hier einfach mal eben kurz um Verschlossen Die Suppe ist ja nicht rein zufällig in der Farbe der russischen Tricolore Also der Nationalfahne Dieses weiß-blau-rot Verschlossen Alles verschlossen Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Klaus Klausi-mausi Oha Okay, dann gehen wir jetzt mal ein paar years Okay, dann gehen wir jetzt Tack! Okay, dann gehen wir jetzt mal direkt 처� suddenly Okay, الح alsw Eine Gedenktafel für die Opfer. Oha, das sieht nach einem Kinderzimmer aus. Naja, ich glaube, dass Anja auch schwanger wird. Leitartikel. Ist Terrorgefahr gebannt? Berlin, 13. Oktober 1960. Ein seltsames Gefühl der Ruhe überkommt mich bei meinem morgendlichen Spaziergang auf der Straße unter den Linden. Erst tue ich mich noch schwer damit zu verstehen, woher dieses Gefühl stammt und warum ich es so lange nicht empfunden habe. Doch dann wird mir klar, dass es in den letzten sechs Monaten keine terroristischen Aktivitäten gegeben hat. Keine erbarmungslosen Gemetzel an unschuldigen Zivilisten. Keine Autobomben in friedlichen Wohnvierteln. Keine Selbstmordanschläge in öffentlichen Verkehrsmitteln. Hat die Geheimpolizei den Krieg gegen den Terror... Hat die Geheimpolizei den Krieg gegen den Terror ein für alle mal gewonnen? Tja. Dann sollte das Regime vielleicht mal den Japanern zeigen... Ähm... Den Japanern... Den Amis zeigen, wie das funktioniert. Die sich bestimmt freuen. Willst du denn? Es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain. Jetzt muss ich mich erst mal aufs Ohr hauen. Ja, ich glaube, du spielst auch nochmal... Ja, so wie du dich anhörst, spielst du gleich... Wahrscheinlich noch fünf kriegen wir die. Klaus Kreuz, Max Hass. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf sie los bin. Mach der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierungen. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturn. Max! Max! Erlige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterturn Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor zwei Tagen, aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Sehen Sie in Carolines Zimmer nach. Der Ordner müsste in Ihrem Schreibtisch sein. Dein Sohn. Ich glaube, ich weiß, warum er das Regime Ich weiß ja, wie das Regime ja mit, ich sag mal, Behinderten umgegangen ist. Also auch mit wirklich Behinderten. Caroline! Hey, da ist er nicht. Hab schon nachgesehen. Ach ja. Und eins noch. Bitte sprechen Sie nicht über Projekt Flüsterturn, wenn Max in der Nähe ist. Er hat uns darüber sprechen. Und es regt ihm unheimlich auf. Okay. 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 Caroline, ich habe mich gefragt, wäre es möglich, dass Sie mir beibringen, wie man schießt? Können Sie einen anderen Menschen umbringen, Anja? Ich glaube ja. Dazu braucht man eine ganz bestimmte Einstellung. Selbst wenn er zum Regime... Jede Menge gekratzt hat auf dem Rapport. Da war jemand traurig oder gelangweilt. Wir brauchen immer Leute, die kämpfen können. Ja, wie sollst du das denn hier finden? Mal ganz ehrlich. Spielzeug. Was macht es in Carolines Zimmer? Hm. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Hä? Ja, wo soll der denn sein, dieser Scheißplan? Vorher soll ich das denn wissen? Mal ganz ehrlich hier. Nee, sehe ich nicht. Tja, wie soll ich isso finden? Nach Hinweisen. Leitartikel Regime hat uns betrogen. Rom, 13. Oktober 1949. Und so müssen wir der bitteren Wahrheit in Sorge blicken. Wir, das italienische Volk, wurden zu dem Glauben verleitet, unsere nördlicher Verbündeter wäre die Rettung für unser Land und würde uns dabei helfen, Italien zu seiner einstigen Größe zurückzuführen. Berichten aus dem Norden zufolge sollten sich nun Panzer und Soldaten des Regimes gegen unsere Truppen gewandelt haben und unser Volk angreifen. Zeugen berichten von schrecklichen Vorfällen, verbrannten und geplünderten Dörfern. Jetzt trennen uns nur noch wenige Tage von einer vollständigen Invasion und unsere schwache Regierung ist nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Ich rufe alle Italiener dazu auf, sich nicht zu ergeben. Beugt euch nicht dem Willen der Invasoren. Erhebt euch und ergreift eure Waffen. Tut alles, was in eurer Macht steht, um die Tyrannen zu besiegen. Erhebt euch für die Freiheit. Amerika verliert Seehoheit. Tokio, 20. August 1947. Amerika ist am Boden. Erklärte Oberbefehlshaber Franz Gustav Bayers den versammelten Reporten auf der heutigen Pressekonferenz. Unsere zahlmäßig überlegende Flotte leistete gemeinsam mit ihrem japanischen Verbündeten einen wesentlichen Beitrag zu einer entscheidenden Sieg im Pazifik. Befreiung Amerikas hat begonnen. Washington, 7. Januar 1949. Die Friedenstruppen begaben sich diese Woche auf eine Siegestour durch ganz Amerika. Der Ziel dieser Operation ist die Befreiung des unterdrückten amerikanischen Volkes und dessen Schutz gegen aufführerische Elemente. Alle verbliebenen Mitglieder der amerikanischen Streitkräfte werden aufgefordert, sich zu stellen und beim nächstgelegenen Kontrollpunkt zu melden. Dort erhalten sie eine Arbeiterlaubnis, mit der sie für den Wiederaufbau des Landes nach dem neuen Vorbild eingeteilt werden. Was für eine Propaganda, dass dann alle Länder so von Tyrannen halb belagert wurden? Befreier bewachen Chinas Grenze. Shanghai, 25. Oktober 1953. Mithilfe ihrer Ingenieure wurde die chinesische Mauer von unseren gütigen Besatzern verstärkt und ausgebaut. Entlang der Mauer wurden hunderte von mächtigen automatischen Flugabwehrgeschützten installiert, die ab sofort den Luftraum gegen jegliche mögliche Eindringlinge aus den mongolischen Territorien verteidigen. Elite-Truppen wurden auf der Mauer stationiert, um die Grenze zu bewachen. Eine großzügige Geste unserer gütigen Besatzer von großem symbolischen Wert, die eine neue Ära des Friedens in Asien einläuten wird. Ah, ist klar. Amerika erhebt sich aus der Asche. Im Schatten der platzförmigen Wolke, die durch die schreckliche Atombombe des Regimes auf New York entstand, beginnt sich der amerikanische Geist zu erheben. Zahlreiche Zellen von Freiheitskämpfern haben sich im ganzen Land formiert und greifen zu den Waffen. Mit gezielten Angriffen auf wichtige Persönlichkeiten des Regimes und Bombenanschläge auf militärische Einrichtungen macht es der amerikanische Widerstand den Besatzern äußerst schwer, die Kontrolle aufrecht zu erhalten. Berichten zufolge sind die Besatzer mittlerweile so verzweifelt, dass sie Anti-Rebellen-Einheiten aus China verlegen, um zu verhindern, dass sich der Widerstand weiter ausbreitet. Augenzeugen berichten von Massenhinrichtungen von Zivilisten als Vergeltung für Angriffe der Freiheitskämpfer. Ah, ist klar. Da schüttet ihr auch nicht rein. Zufällig noch mehr Hass. Okay, der Opa will doch gar nicht. Also wenn hier nicht Projektplüster-Ton ist, weiß ich auch nicht. Ja, hier ist ja auch nichts. Ey, was ist das denn für eine Scheiße hier? Rein zufällig weiß das, dass das eine Szene aus einem älteren Wolfenstein-Spiel ist. Damn. Und jetzt geht's. Das muss Max Zimmer sein. Aus Prinzip jetzt einfach zum Maximum mit ihm darüber reden. So, damit haben wir das Ende dieser Folge auch erreicht. Ja, wir haben jetzt im Prinzip eigentlich nur uns ein paar Informationen durchgelesen, wie der Krieg zu Ende gegangen ist und das Regime sich die Welt nach ihrem Weltbild quasi aufgebaut hat. Dann haben wir diesen scheiß Plan gesucht, diesen Operation Flüsterton, den wir jetzt gefunden haben. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann mit der Kill Run und dem Rest des Widerstands wohl den Operationsplan besprechen. Und dann denke ich mal, werden sich die nächsten Folge um die Operation Flüsterton drehen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir da zu tun haben. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn, Antenne. Und ciao, Medau. Bis denn, Antenne.